um hey Leute willkommen zurück zu Investation Survival Stories wieder versammelt und ein Mann mehr und Herr Rippen oder Rippo ja der Herr Rippen da hinten so man hört ihn auf mich bist geschossen ach auf dich wird geschossen, oh Waffenausrüsten, da sind irgendwelche ja super, kaum bin ich drin ehrlich, wird auf dich geschossen? ja, wir haben sie getötet ja Hör mal auf, da vorne sind welche wo ist denn deine Waffe aus, Orca? war meine Leiche, war meine Leiche hab keine Waffe warte mal dann warte, komm her deine Leiche sind sie hier hinten wir haben wahrscheinlich eine Gewehre, da werde ich auch passen warte, und hier noch ein Magazin dazu äh, drei Stück, hab ich gesehen zwei, drei Stück was? oh, hast du? oh, hast du? Magazin, oder? film, äh, schönen Carbo-Klamotten bist du schon da, Ivan? ah, du schießt schon okay ah, ich bleib lieber hier stehen, oder? ich hab die jetzt dreimal erwischt, vorsichtig, schießen scharf oh, je ne, die schießen mit Platzwand, weißt du? ich bin nur gestorben, weil mir jemand einig viel ins Auge flogen ist ich seh da gar keinen links von dem Stein und rechts von dem Stein sind sie da ah ah links da denk ja schon gut an die Folge oh ja ja rechts von dem Stein sind sie irgendwo und links hier bei die ich sieh'n hab ihn gesehen, ich seh'n ich schieße aber mit ner Krüger naja ich weiß nicht wo der dritte, äh zweite ist ich momentan auch nicht Daniel? ja? gehst du auf die andere Seite? weil hier so, wie ich sieh'n, ich seh'n wo? hinterm Stein ist einer direkt hinterm Stein ich seh' doch keinen hinterm Stein nee, der ist direkt hinterm er bin zweimal paar mal erwischt beim Stein direkt da ähm bist du schon bei der vorgerand? ey, ladet mich mal schnell ein nochmal bist du schon bei der vorgerand? aber der hat mich erwischt getötet? ich bin immer noch da nee, nee ey, ich bin direkt neben euch gestorben ähm, ja ladet mal Reaper ein ja, hab ich da schon wo ist denn Ivan jetzt? in hier wa? ich bin direkt neben euch gestorben ich seh' so ein Pfeil links links von mir ist einer ah ja, ich höre's schießen aber der hat mich umlaufen bei dem Stein meinst du da? bin tot wer schießt da jetzt noch? oh oh wir umlaufen uns na ja scheiße ich komm wieder ja ich bin getroffen ich hab's gesehen ich bin tot ich bin aber auch von hinten ich hab's mit mit ok ok munition da den gibst du noch? ja gut bin weiterlieben daher ich hab, ich äh ok, ich hab deine Waffe genommen ja hast gesehen, ne? äh ne, ich äh bin immer noch im ähm Countdown-Menü also ey, ich hab dann über die Leiche gekrochen deswegen ja das irritiert mich aber dass ihr alle wussten wo ich bin vor allem dass der Typ A genau hier in in die Birne geschossen hat muss ich aber aufpassen, der hat von hinten geschossen ich seh jetzt aber keinen mehr mein schönes Kompaktfernrohr meine PKM verdammt ich wollte zu einer Leiche kriechen aber den ein bisschen fähig dann zu kriechen hm die werden mich wahrscheinlich looten ja aber ich warte hier drauf dass ich jetzt zu Orca versuche zu gehen also ihr dürft mich gleich wieder einladen, Moment ah ja YouTube so geht das auf jeden Fall nicht weiter ihr müsst uns nähern wer schießt da? ihr dürft mich einladen ich nicht, ja auch nicht, scheiße ja ja warte ah was ist das? ach rieber leg dich hin da hinten, bei den Bäumen ja warte mal, ich geh mal noch ein das Problem ist, ich weiß nicht genau wo ihr seid siehst du es doch die Pfeile dann oh 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 er schießt auf mich oh ich bin tot oh ich bin tot boah, Alter mit was ballern die da boah, ich bin auf Alter, das war jetzt aber so nur 100 Schuss Ding aber von mir ist ja nicht gestorben das heißt die haben meine PKM gefunden mhm ja die haben eine PKM ja jetzt looten sie natürlich mein Zeug na gut, so wertvolles Zeug war es jetzt auch wieder nicht ja so jetzt seh ich die Pfeilchen bin viel zu weit weg ja, bei mir looten sie gerade bei mir looten sie gerade aber ich hab den einen theoretisch schwer verletzt oh der innen hat nen Schlagring vorne ja die heilen sich hoch wie blöde ja äh wer muss denn die inladung machen äh ich Daniel noch ne ne ich kann nicht, ich bin ja tot also ich muss mich jetzt auslocken die sind gerade bei meiner Leiche und looten ja ich sehs ich sehs Bäder alle Bäder gehs noch 3 Sekunden dann bin ich weg und jetzt bin ich raus ja warte ich hoffe ich bin auch weg daraus aber ich hab den Typen theoretisch voll angehättet theoretisch weil ich hab 3 jetzt nochmal zurück wo bist denn du? ähh Einladung könnt ihr mir schicken ah ist schon da fremst du denn nicht davor ne? ja auf dem Hubschrauber äh ich hab eigentlich unser Freund Dokument kann sie nicht wegschießen so bist du mal weg ja komm näher ran äh da komm ich auch noch kommst du mo bitte da her? wie seid ihr da reingekommen? ich denk da sind ich seh immer noch 2 ne? oh vorne wer schießt denn da grad? ich gegen wen? zombies wie kann man nochmal level 1 wie kann man nochmal die Punkte gucken wie viel IP du hast gut hm und wie seid ihr jetzt da reingekommen? alter hast du viele zombies an der Wacke ich? ja nö normalerweise bin ich sie immer gibt's hier irgendwo ne Öffnung? wir bleiben schon alleine durch du? gibt's hier ne Öffnung irgendwo? ja vorne wo denn? oh ich sehe hier keiner oh Geld oh das war ne scheiß Idee können Zombies auf Steine können Zombies auf Steine? Mann die rennen alle ganz zu dir ich hab meine gleich tot geboxt ah jetzt berühre ich dich mal ja ohne Armbrust schön ach du bist ja auße ja ich bin im Westen ey die Zombies lassen Waffen fallen vor die Armbrust und so ey bist du im Osten? wer hat hier ne Mauer wer hat hier ne Mauer gebaut? wir hatten nie ne vorne Mauer zu bauen mal ehrlich mal wo ist hier der Eingang? äh über ne Parknaht ja ich seh schon aber da können so gut wie keine Zombies mehr sein ne die spawnen noch bestimmt neu hier vor mir hab ich noch jede Menge ich werd einfach noch durchgerusht wie kann man jetzt mal nachgucken mit den EP Punkten scheiße ähm im Hauptmenü ah ja hier ist schon ein Zombie der kommt ich denke auf dem Parkplatz ist keiner mehr äh hier hab ich alles hier hab ich noch nicht alles glaub mal äh jetzt hab ich muss ich erstmal einen und ich hör schon eine olle stöhnen ah ja da steht sie soll ich komme? nö nö wenn du vorne auf dem Flug fällt willst du mal eindeutig ein bisschen Daniel siehs mal so jetzt verdursten wir wenigstens nicht ja bisch gemein hehehe hast du den Nahkampfer? nee ah scheiße also ich hab ganz viele Mittel getrunken ja ja ich hab hier gleich keine Zombies mehr vielleicht könnt ihr zu mir kommen ja ich hab die ich ich war richtiger Rocky Balboa hier in diesem Moment hast du ja richtige Freunde gemacht? ja klar ich hab ausgeteilt ich hab richtig Geschenke verteilt blaue Feilchen und so ja es fall um ey du sagst jetzt fall um aber fällt weiter um hehehe 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 ich hab fall um Golfschläger boah ich is ja richtig geil der Lute ey so ich hab alle tot aber du hast viele Zombies hinter daher he? äh Ivan nein ne? ja sind das neben mir ich ich ach du durch komm warte hm äh Ivan bist du bei deiner Zelte? ja na gut dann komm ich vorhin gerettet das ist langsam ey ne Armbrust mit mit Fernrolls geil ich brauch ne Nahkampfwaffe ich brauch überhaupt ne Waffe ja wenn hier Daniel sind ganz viele auch äh Waffe auf jeden Fall ich taktisch ist ein Sansschild uh jay Sind die Zelte voll? Die Zelte sind kacke mit Lut. Ich brauche Nahkampfer. Hast du was gesehen? Nein, in Zelten, Bratpfanne, Golfschläger. Die haben bloß das gar nicht mal so scheiße. Golfschläger. Ihr kriegt zum Besuch. Beepa, warte mal. Wollen wir nicht alles zusammenlaufen? Ich warte jetzt hier oben. Ich habe keinen Bock mehr in der Schüssel zu sein. Ich habe mich lange genug ohne euch durchgeboxt. Aber sag Bescheid, wenn du was cooles findest. Rucksack. Alice Pack. Echt? Ja. Und bin tot. Lol, wie das? Weiß ich nicht. Zombie Attack. So, das ging einfach nur tot. Ich bin weggesniped, glaube ich. Echt? Ja. Ja, steht da kein Name. Doch. Yarak... 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 Benenschen. Aber die ist da... Okay, Yarak heißt... Au, ich werde angeschossen. Bist du da drüber am Zaun? Nein, ich geh mal ins Zelt. Leute, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Nein, ich... Bin ich mal klein in der Zelt. Oh, Leute. Sniper, hier irgendwo ist der Sniper. Bist du da der... Hier ist irgendwo ein Sniper. Daniel Orca? Ja, ich steh im Zelt. Bin gerade bei... Ja, aber super. Ich weiß, wo der Sniper ist. Wo? In dem Turm. In dem Tower. Ah, da müssen wir... In dem Flugtower, ne? Im Schatten von dem runden Ding da bleiben. Hätte ich schon behauptet, dass da ein Flugtower ist. Ja, davon kam auch die Schussrichtung. Alter, der hat mich gut erwischt. Äh... Drei... Der wird auch den Teufel tun und von dort weggehen. Der wird warten. Ja, du denn so schieße. Ich. Die Fahrbahn ein bisschen aufräumen, weißt du. Oh. Oh, scheiße. Oh, der schießt wieder? Ich. Ach so. Der Sniper hat eine VSS. Also geräuschlos. Ah. Ja. Ja. Oh Mann, Schlampe. Richtig hinterhältig. Das ist immer so, dass Leute dort warten, dann auf... Ja, okay, du warst auch oben auf dem Tower, ne? Der hatte perfektes Ziel auf dich. Ja, aber die Leute, das sind immer so Leute, die dort warten auf Spieler, ne? Ja. Weil die wissen, genau da kommen die Leute hin. Und sich darauf ein... darauf ein... jurgeln, ne? Jetzt müssen wir natürlich im Schatten von... ...diese fetten Kugeln hier bleiben. Nein, ich will voranstürmen, ich will den Tüten töten. Naja. Für mich? Ja, ich bin ja hinter dir. Ich versuche wieder reinzukommen. Wie tötest du jetzt? Tommys. 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 Tommys natürlich. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's Party. Aber ich bin sicher, der Typ wird uns entgegenkommen. Der hat bestimmt nicht unendlich viel Maution. Du, ich hätte eigentlich jetzt gerne Reapers Zeug, aber... ich glaube, das kann ich vergessen. Er hat nicht viel, gar nichts. Aber dein Alice Backpack liegt immer noch oben, hatte ich nicht mal Zeit zum Aufheben gehabt. Was ist denn der Zürcher? Übergesprungen. Wie denn? Klicke mal jemand hinzu. Achso, Stacheldraht macht gar nichts aus. Wie? Kann man durchspringen? Kann man durchspringen? Ja. Warte mal, ich muss mal... Ah, ich will aber nicht in dem Turm... ...Schatten von dem Turm... ...sein. Ich schieße gerade auf ihn. Nein, ich muss nachladen. ...haha, der Orca. Der Orca. Was ist denn? Ich bleibe oben. Welche Oma bist du? Alter, hast' nicht so viel. Ich bin Nummer 16. Jetzt gehst du wieder weg, oder? Warum haben wir so viel Probleme? Oh, auslacht noch hin herum. Ja. Alter, hier sind so viele Spiele auf dem Spiegel. ...haha. Untertitelung des ZDF, 2020